Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir haben heute den 9. Dezember. Und wenn alles nach Plan läuft, haben wir den auch wirklich. Wir sind immer noch in der Höhle, wie man hört. Und ich habe gerade Skelette gehört. Schlecht. Sehr schlecht. Vor allem da hier nichts ausgeleuchtet ist. Shit. Ich habe eine Kerze. Ich habe eine Kerze. Ich war nur ich, ich habe eine Kerze. Alter, warum. Warum erschrecke ich mich immer, wenn ein Muffin dann kommt? Oh man, ich hasse diese Fiecher. Das muss ein Reflex sein. Das heißt, sobald einer kommt. Oh, wie fies ist das denn, ey? Wow. Da, 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 da. Alter. Ich habe schweizig Hände. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ey, die Musik ist geil. Hört mal genau hin. Oh. Ich muss unbedingt den Track haben. Wie mache ich das? Handy, 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 Handy. Bitte mach mal eben ein Foto. Ich muss mal eben ein Foto machen von meinem Handy. Von dem Track. So. Das ist so geil. Und jetzt. Das ist so übel. Wie ich sag, die Zusammenstimmung ist richtig gut von der Playlist. Alter, der Schock des Muffin-Man sitzt mir immer noch im Nacken. Oh, der einfach so aufgetaucht ist. Ich spiele es auch unnummern als laut auf meinem Ohr. So, das muss reichen. Und jetzt lasse weg. Ich liebe die Playlist. Ui, 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 ui. Gut, hier sind wir durch. Bleibt uns noch der andere Weg. Okay. Ey, wie viel Gold jetzt wird finden, ey. Das ist der Wahnsinn. Ich habe auf der Karte seht, die drohten Punkte. Ich weiß nicht, wo die sind. Stimmt, wir haben ja noch Diamanten in der Tasche, ne? Ach, du Scheiße. Hoffentlich kommen wir heil zurück. Da hin geht es weiter. Uff. Gut, hier gibt es eine temporäre Sicherheit. Ich werde noch nicht für lange. Ein weiteres Gebiet gesichert. Glaubt, da geht es weiter. Ratet mal, ich habe einen Zombiespawn entdeckt. Tja, und wieder haben wir es geschafft. Ich kann natürlich nichts davon mitnehmen. Schade, aber okay. Warte, ist das so lauter? Ist da etwa noch einer? Oh. Oh. Alter, das geht gar nicht. Oh, ja, 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 ja. Oh, ich bin gerade fest. Okay, weiter geht's. Wie viel Eisen ich finde, das ist der Wahnsinn. Wir kommen mit Schätzen darüber, da kein größeres Träumen von. Alter, ich wollte gerade aus Schwert schwitzen. Ich bin gerade aus Schwertz. Ich bin gerade aus Schwertz. Diem, diem, diem. Mehr Eisen. Wer weiß, vielleicht haben wir erst Ende gleich Glück und kommen wir doch noch an die Oberfläche. Langsam würde ich wieder gerne die Schätze nach oben bringen. Ich komme dann hier auch. Ja, wusste ich. Gut, also wieder zurück. Wir können ja schauen, in welche Richtung wir gehen können. Wir haben hier die Wahl der Qual. Hier ist zum Glück alles ausgeleuchtet. Ich mache mal das Wasser weg. Falls wir flüchten müssen, würde ich ungern ins Wasser rennen. Und gegen das Wasser am Kämpfen anschließend. Hier waren wir noch nicht. Naja. Minimal. Den Spawner da hinten haben wir ausgeleuchtet, ne? Ja, natürlich. Hier haben wir Eisen. Der Judo, der Eisen, nehmen wir mit. Das ist ja draußen schon wieder Tag, ey. Das ist ja Wahnsinn. Gut, 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 gut. Oh, leck mich. Ich grau mich hier mal nach oben. Hey. Mistvieh. Wo kommen die Spinnen her? Der Spawner ist schuld. Oh, Leanie ist schuld. So, ja, ich habe den Spawner kaputt gemacht. Zu Recht. Diese sechs Viecher nämlich überall sind. Und die einen nämlich verrückt machen mit diesen Gekreische. So, und jetzt hacken wir mal hier ein paar Bretter weg, weil die stören nämlich mal in der Konzentration hier. So, nur ein paar da lassen zur Übersicht. Ich höre es immer noch kreischen, ja. Den habe ich hier, glaube ich, den habe ich ja hier zerstört. Ach, du Scheiße. Sonst mache ich dann schnell den Fakker-Trick. Warten wir, bis die Dinger weggehen. Irgendwann die unten angekommen sind, sterben sie sowieso die Dinger. Und langsam wird der Kies von der Kerze penetriert. Und tschüss. Jetzt kann ich es nach. Du's nach. Du, 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 dum, du, 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 dundung, du, du, nn. so Interessant, hier scheinen wir auch noch nicht so richtig gewesen zu sein. Oder, na doch, 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 hier waren wir. Aber nur ansatzweise, glaube ich. Hm, hier waren wir aber zu Recht. Ja, stimmt, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Irgendwas kriegt hier Sturzschaden, Ommas. Und stirbt. Was gut ist. Wenn ich endlich leugne. Hier können zumindest gar keine spawnen. Der ist tot. Oh. Hier haben wir noch einen Überbleibsel. Oh Mann, genau diese Stellen hasse ich, ey. Ja, hier ist noch einer. Mal eben hier durch. Mal gucken. Ja, gut, hier ist nichts mehr. So, zack. Zack und zack. Hier ist nichts mehr. Auch wieder einen Weg erkundet. So, und an dieser Stelle mache ich auch demnächst weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Da geht's jetzt. field. Und das ist da. Und das ist ja auch.